Ja, letztes Spiel gegen Sturm war sehr ansehnlich für uns, drei Punkte, jetzt haben wir aus zwei Spielen vier Punkte gemacht. Sonntag kommt Rapid, morgen, wir freuen uns natürlich schon auf die Stimmung, auf das Spiel gegen den Rekordmeister und natürlich wie jedes Spiel werden wir alles versuchen, dass wir drei Punkte einfahren werden. Wird natürlich eine schwere Geschichte, aber mit der Unterstützung der Fans werden wir das hoffentlich wieder schaffen. Ja, hallo liebe Fans, liebe WRC-Fans, ich glaube wir haben einen sehr gelungenen Start gehabt, in Graz war eine super Unterstützung für euch auch und ich glaube wir haben da ein super Resultat gehabt. Jetzt kommt Rapid, unser Lieblingsgegner, da brauchen wir eure Unterstützung auch und wir hoffen, dass eine zahlreiche ins Stadion kommt, damit wir die nächsten drei Punkte machen.